Was denkst du, alte, die lieben Zuschauer, von einem Europa-Park-Vlog? Guten Mittag und Lobby! Hehehe Also Kremi dir! Sie sah dir das nicht gerade so gesund ausgesehen. Ja doch, ich bin da mit meinen Chemieflächen unterwegs. Tschüss! Bye-bye! So, dann klären wir mal ein bisschen, was ist schon los. Die Situation ist, dass ich und Jamie zusammen hier eine Übernachtungsparty gemacht. Und plötzlich, random, sind wir aufgewachen und einfach hier drin. Wir sind irgendwie geschrumpft. Wir haben keine Knochen mehr, sondern nur noch Muskeln. Ja, und irgendwie bin ich im Mittelalter und bin Kanonentechniker. Und ich bin ein mittelalterlicher Mechaniker. Dass wir jetzt zurückkommen, habe ich gehört, dass wir... Ich bin ein bisschen Intelligenz steigern. Und andererseits ein Level schaffen. Ja, Jamie, bist du bereit? Das, was wir machen? Oh mein Gott. Ja. Jamie, bist du bereit für das Level, das wir arbeiten müssen? Komm in die magische Mülltonne. In die magische... Okay. Ja, mach es. Okay. Und ich versuche es. Äh. Äh. Okay, ja. Los! Äh. Los! Äh. Äh. Wow. So, Alter. Was ist da los? Das hat weh da. Ich schiebe dir das Ding. Ja. Also. Wie man schlecht oder nicht so schlecht oder vielleicht auch sehr gut kann sehen, sind wir da. Äh. Wir sind da irgendwie in einem Kraftwerk. Wow. Jamie, lass mal schauen, was wir machen müssen. Physiker. Ja. Ja. Da haben wir einen Balken. Mit dem können wir über die Züge klettern. Nein. Dann machst du so. Und dann machst du jetzt... Aber doch. Da brauchen wir die Kabel. Ja. Da geht es jetzt darum, dass wir die Kabel benutzen. PRAP! 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 Du, versuch ich. Du, ich kürze ab und ich kann abkürzen. Also. Ich könnte halt wirklich abkürzen. Aber. Da das ja sonst langweilig ist. Ja. Ich wüsste auch, wo durch. Dann kannst du irgendwie durch. Ja. Du kannst sicher so drum hangeln. Oder so. Hallo Freunde. Heute zeig ich euch, wie man Elektroniker spielt. Und ihr nehmt das Kabel. Und steckt das Kabel hier rein. Und dann. In die Batterie. Und dann nehmt ihr die Batterie. Und hält sie direkt so hart. Ah. Danke, dass du mir die Töre öffnest. Also. Dann schalte das Teil hier mal an. Tschüss. Bye. Bye. Ah. Ich habe es nicht geklemmt. Ah. Ja gut. Tschüss. Und somit wäre das erledigt. Das wäre sehr erledigt somit. Also. Liebe Leute. Wir haben übrigens heute. No. Ich überleute von heute. Wir haben heute einen Sponsor von dem Bit. Wir haben heute überlegt. Und. Nämlich. Unser A Way Out Let's Play. Ist ja bekanntlicherweise bald. Mal durch. Das ist ja so gut angekommen bei euch. Ihr habt das ja so geführt. Das hat was. Ja. Ich weiss. Ja. Ja. Und das ist jetzt fertig. Wieso müssen wir das Ton nicht anstecken? Ja. Hier müssen wir zuerst aufladen. Lass meine Kabel los. Ja. Nimm du das Teil nach. Tscheit! Du Tという let'sitti des raining Wegs! Wir laden das Teil doch mal auf. Ah! Еhhh! So. Falsche really? Hey, tschüss. Wah. Hier ist der Bensent Motor. Wir schalten den XXXXXXXM Motor an. Ja! Eeeeh! Eeeehem! 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 Du kannst das nicht! Ah, doch! Ey, siehst du, ich habe doch etwas! Oh mein Gott! Es ist mein Video, also du nicht! Wenn ich auch den Babel über den Schlabler lüffel! Okay, wow, du siehst ja so aus wie jemand, der 17 geworden ist! Du hast gar nicht erzählt, dass du 17 geworden bist! Ja, ja! Ey, das ist unfassbar! Keine Gratulationen gerade aus an dich! Danke! Schätze gesagt! So, sie sind mein Gabel! Sie sind mein Gabel! Rauf mit der Mütte Fische an! Okay, das funktioniert! Das funktioniert so! Let's go! So, Lenk! Gegen Lenker! Du weisst, wir fahren! Nein, 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 nein! Okay, ja, ja! Könnten wir nicht einfach mit dem Gabelstabler das hier aufmachen oder so? Nein, ich habe das Gefühl! Dann würden wir einfach alles vorbei! Ja, komm, das Lenk! Was machen wir da? Ja, das war der Motor und sichern dich! Ja! Hey! Nein! Ah! Nein! Nein! Nee! Was ist das so unter dem Fall? Ja, jetzt müssen wir... Was müssen wir jetzt? Okay, Alter! Jetzt wartest du genau da! Weisst, das Geile ist, ich kann ja dort das Teil nicht mal holen, weil ich nicht schaffe, an das Teil dort vorne zu kumpen! Weil mir immer das passiert! Hehehehe! 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 Platzier dich da vorne! Platzier du dich doch da vorne! Ja! Wenn du von innen aufmachst! Ich kann da leider nicht mehr ausmachen! Hehehe! Ja, ja! Also ich springe ihn tot! Was ist jetzt hier genau das Ziel? Du musst jetzt dort rüber gehen und dich dann auch dort so dran hängen lassen! Hehehehe! 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 Kannst du das irgendwas in den Rückwätzchen fahren? Nein! Das hättest du jetzt für ihn bedenken, he? Hehehehe! 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 Wer hätt's gedacht, dass das nicht der Weg ist, he? He? Hast du das ernsthaft nicht beachtet? Ach, das ist so eine Türe dort! Hehehehe! Hehehehe! Und da geht's jetzt darum, dass wir das Teil drauf haben! Also gut! Dann komm! Du läufst einfach mit dem Teil mit! Ich passe gut! Oh je! Das geht sehr kompliziert aus! Ach, das sieht so kompliziert aus! Einmal für uns! Also warte schon! Ich komme! Hehehehe! Du-te-de-deu-de-de Die Handblatt! Einen Like! Lass dir einen Like tun, wenn es mehr geben soll von diesem Spiel. Schreibt bitte in die Kommentare, ob es eine Runde am Mobus hat gegeben. Es ist inzwischen tatsächlich... Hör auf bitte! Hallo! Es ist inzwischen tatsächlich egal was ihr in die Kommentare schreibt. Hauptsache, ihr schreibt... Ihr könnt auch Bananen Gulasch Suppe in die Kommentare schreiben. Genau. Wir sind besonders stolz auf euch. Aber Hauptsache sie schreibt irgendetwas in die Kommentare. Keiner macht den nicht kommentierenden. Hat jemand einen Text überstellt? Wir haben übrigens einen Weisskopf, der hat jetzt auch ein Video hochgeladen letztendlich aus Flipper. Geht eben ihm vorbeischauen. Ich habe das Video noch nie geschaut. Das ist ein Keck. Geil. Wenn wir runtergehen, ist das Teil für immer im Vorwärtsgang. Wie wenn wir runtergehen, ist das für immer im Vorwärtsgang. Der Vorwärtsgang spiegt nicht raus, wenn wir runtergehen. Das Teil kann doch sicher schneller fahren. Warum kannst du mir das erzählen? Nein, mach nicht schneller! Du willst ja nicht runtergehen, also bitte! Ich bin dein Zeichen nicht mehr. Die Leute fern so schnell rausgehen, bitte! So, jetzt! Führen! Egal, einfach mal weg von der Strasse! Egal was ist! Wir rangieren an dem Zeug rum! Aber weg von der Strasse! Aber, wir sind da auch gut hochgefahren! Das ist ja zugegeben! Ein bisschen links! Oh, sehr gut! Give High Five! Nein! Das wäre auch schon so ein High One, Alter! Wir haben nicht einmal einen Daumen! Wir sind Höhlenmenschen! Weisst du was? Wir füllen jetzt das Teil! Weil beim Abfahren werden wir safe irgendeinen Unfall an und die Hälfte wird rausgefallen! Nein, was glaubst du? Wegen dem kommt es doch schnell ein Cut sein! Und es geht weiter, wenn alles getroffen ist! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dahin! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt, Jamie, wir haben da alle runtergenommen. Jetzt tun wir auch alle da rein, bevor du das anzündest. Wir können es ja immer noch rein. Jungs, Mädels, ab in den Kommentaren. Ich schreibe zwar eh nicht in den Kommentaren. Eben, irgendein Vlog. Oder vielleicht auch mal ein Verkehrshaus. Oh, das wollten wir auch machen. Also, es war beides sehr geil. Realistischer ist wahrscheinlich das Verkehrshaus. Wegen Kostenmässiger. Ja, es ist halt auch einfach so... Auf einem Europa-Park musst du halt das übelste Zeit haben. Ja, den ganzen Tag halt mehr. Ja. Und bei Verkehrshausgang auch nicht nur einen halben Tag. Nicht! Wir haben alles aufgeladen. Es ist doch genug. Nice! Davor hat es noch zu wenig, ist das nicht. So tollfatschig wie wir sind, darf das nicht durchbrennen. So, also, klaben zu auf den Horn. Hey, Margarina, Margarina. Hey, Margarina, Margarina. Hey, Margarina. Was ist denn da für eine Scheissbolztrund? Hey, Margarina. Wie sieht es jetzt eigentlich mit unserem WG-Leben in Zukunft aus? Was für ein WG? WG-Leben? Ah ja? Lass einen Like tun, wenn irgendeine YouTube-WG mit uns zwei geben soll. Bist du das geschafft? From the first try? Du einfach rüberfliegen? Nein, das ist der second try. Das hätte ich dir die Hand in Space. Space-Hedrick. Hey! Komm, wir müssen da rüber. Aber warte noch mit Beenden, gell? Ja, da ist das Exit-Sign. Wir müssen da irgendwie rüber. Also bitte noch rein springen, gell? Ja, aber geh zuerst noch ein wenig rüber, Mann. Ich fall da runter. Ja, eben genau das meine ich. Das ist doch... Das ist der erste Teil vom ganzen Spiel. Jamie, komm. Halt dich an mich. Halt dich an mich. Ich... Ja, nicht da hinten, Mann. Ja, nicht da hinten! Ja, los! Ja, los! Komm, es tut wei! Schrei mich! Lass los! Es tut wei! Hallo! Ah, warte! Äh, nein! Andere! Äh! Ich halte dich gar nicht dort. Ja, komm, jetzt! Oh, nein! Ja, hier runter! Heeeey! So, was kommt jetzt für eine Map? Eine Scheiss-Map! Das sieht doch langweilig aus, findest du nicht auch? Das sieht sehr langweilig aus! Und damit! Und wegen dem... Und wegen dem... Äh! Äh! Gehen wir jetzt zuerst einmal... Zurück zur Lobby. Äh, ja, also, Leute! Das wär's dann gewesen mit Humanfallflat. Lass uns einen Like hier! Nein! Wenn wir... Äh, Europa-Park oder... Äh, Europa-Park oder äh... Ähm... Verkehrsunschloks machen! Lass uns einen Like hier! Oh, dringend! Oh, dringend! Wenn wir eine YouTube-BG machen sollten... Oh, shit! Lass uns einen Like hier, wenn wir mehr von Humanfallflats bringen sollten. Und... Lass uns einen Like hier, wenn wir mehr Farming Simulator bringen sollten. Und... Lass uns einen Like hier, wenn es nächste Wochenende... Soll... Oh, Morgus... Among Us... Soll es geben. Ja, Alter! So viele Likes, wie du willst willst, sage ich einfach nur Tschüss! Ja, tschüss, geil! Tschau zusammen! Wuii! Ich freue mich! Tschau, komst! check it out! Isaac Juno Ogh! I wanna walk like you, you talk like you, ju, ju, ju번, we believe you say it's true. Shuck it in fucking anos Like me. I can't lie to see you... аз dooo...